Grüß Gott, Frau Kächele! Grüß Gott, Frau Peters! Ah! Sagen Sie mal, Frau Peters! Was, Frau Kächele? Händen Sie da ein Gesellsbrot im Gesicht? Ja, Frau Kächele! Wegen was händen Sie da ein Gesellsbrot im Gesicht? Es bäbt halt! Und was ist mit dem Hefezüpfle? Ah, Sie händen ein Hefezüpfle dabei! Ja, aber das ist nix zum Nachbäben! Wer sein Hefezüpfle liebt... ...den Hefezüpf in Goschnei schiebt!